Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie auf meinem Kanal, die schönsten Pässe der Alpen, vorbeischauen. Ich möchte Sie entführen zu jenen Bergpässen, die ihren rauen Charme noch behalten haben, die wenig oder gar keine Leitplanken haben. Darunter sind wahre Stas wie der Stilfster Joch, aber auch solche verborgenen Stas wie der wunderbare Maniever und meine eigenen Favoriten, die Pässe der Tour de France. Gefilmt habe ich mit Sony und Yi-Kameras in 4K, geschnitten mit Final Cut Pro. Das Highlight dieser Tour ist fraglos der Nufenen und das Ronet-Fahrer mit seinen einzigartigen alten Holzhäusern. Wenn man Glück hat, ist im Juni noch oben auf dem Nufenen-Schnee, wie die Fotos zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018